Ja, hallo, so ein Gelder, herzlich willkommen zu diesem Video und heute geht es darum, dass ich Ihnen zeigen will, wie es möglich ist, von dreistelligen Profiten auf fünfstellige Umsätze bzw. Profite im Monat zu gelangen. Ja, und das geht in drei einfachen Schritten. Ja, der erste ist, dass Sie einen Markt haben. Was heißt ein Markt? Sie können diesen Markt auch als Zielgruppe benennen. Ja, viele Experten empfehlen Ihnen eventuell, Sie sollten zuerst ein Produkt haben und dann es auf den Markt anbieten. Oder, was noch fataler ist, Sie empfehlen Ihnen, dass Sie aus Ihrer Leidenschaft ein Business entwickeln. Ja, stellen Sie sich mal vor, aus Ihrer Leidenschaft des Autofahrens oder des Golfspielens bringen Sie aus heiterem Himmel ein Produkt heraus und wissen gar nicht, ob denn überhaupt dafür ein Markt, das heißt eine Zielgruppe, eine Profitable vorhanden ist. Deswegen ist es sehr viel wichtiger, dass Sie zuerst eine Zielgruppe finden. Ja, und für diese Zielgruppe dann ein Produkt entwickeln bzw. einkaufen. Ja, das heißt sozusagen eine Zielgruppe, die hungrig nach einem Produkt ist, wo Sie wissen, dass dort viel Profit einzufahren ist. Ja, Sie sollten die Zielgruppe genau recherchieren. Und es ist wichtig, dass die Zielgruppe einen gewissen Schmerz hat, ja, der befriedigt werden möchte, damit dieser sozusagen bzw. beseitigt wird und dann Freude entsteht. Ja, um es eindeutiger zu machen, das heißt eine Zielgruppe, die in einer grauen Gruppe sich befindet und auf die sonnige Insel, auf die freudige, sonnige Insel möchte. Genau, wie schon gesagt, danach kann dann eingekauft werden. Hier ist dabei zu beachten, dass Sie nicht sehr viele Produkte einkaufen. Denn obwohl Sie jetzt eventuell nach der Recherche sicher sein können, dass Sie einen profitablen Markt gefunden haben, sollten Sie immer noch beachten, dass zuerst dieser Markt angetestet wird. Ob es denn auch tatsächlich so ist, dass laut Ihrer Recherche dieser Markt auch Ihr Produkt haben möchte. Ja, deswegen starten Sie mit kleinen Stückzahlen einzukaufen. Und sobald Sie sehen, dass dieser Markt auch tatsächlich Ihr Produkt möchte, starten Sie sehr viele Produkte reinzukaufen und für den Markt diese anzubieten. Und dann machen Sie Profit und reinvestieren als drittes diesen Profit. Gerade bei Businessanfängern habe ich festgestellt, dass E-Mails kamen, die mir sagten, ja, ich habe Profit gemacht, was mache ich jetzt weiter? Es ist wichtig, dass Sie diesen Profit reinvestieren, um Ihr Business aufzubauen, sogar eventuell auch bis zu fünfstellige Umsätze pro Tag hinauf katapultieren. Genau, zwischen diesen drei Punkten gibt es feine Nuancen, die zu beachten sind. Welche das sind in diesem Business, das lernen Sie in einer meiner nächsten E-Mails. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, alles Gute, bis dahin, tschüss, sag, sehr gerne.